Meldung! Beide Antriebskerne sind auf Null runter. Wir treiben ab. Schützenkapfeln sind kalt. Wir müssen das System neu starten. Los, finden Sie raus, wo wir sind. Sorry für den Schnellstart, Sergeant. Sind Sie in Ordnung? Ich bin okay. Chief? Alles klar. Ma'am, da ist ein Objekt. Kommt jetzt in Sicht. Cortana? Was genau ist das da eigentlich? Das ist ein anderer Halo. Nochmal! Das hat mein Vater also gefunden. Ich dachte, Halo wäre so eine Art Superwaffe. Stimmt. Aktiviert richtet dieser Ring Zerstörung in galaktischem Ausmaß an. Ich brauche alle Informationen, die es zum Ersten gibt. Schematat, Topografie, was auch immer. Es ist mir egal, ob ich dazu befugt bin oder nicht. Ja, Ma'am. Wo ist das Ziel? Das Feindschiff steht oberhalb des Rings, Ma'am. Wir fliegen direkt darüber hinweg. Perfekt. Nachdem, was wir über diesen Ring wissen, ist es noch wichtiger, den Propheten des Bedauerns zu schnappen. Warum kam er zur Erde? Warum kam er her? Chief, erstes Platon nehmen. Raue Landung. Landezone sichern. Sergeant, machen Sie zwei Pelicans bereit und folgen Sie ihnen. Aye, aye, Ma'am. Bis ich mitmischen kann, muss ich mich bedeckt halten. Außerhalb des Schiffs sind Sie auf sich gestellt. Verstanden. Über dem Ziel in fünf. Nicht den Helm verlieren. Gleich rappelt's. Bei uns. Bei uns. Bei uns. Bei uns. Aufsehen. 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 Ach. Punkt ist. Gut. Aufsehen. Hier ist etwas im wild. Lügen zu den Weg. Judy hier Nachte,愿 bien gehindert. Das man so wagt, geht mir einfach in die Hand nehmen. Die Hand nehmen die Hand nehmen. Oh, ja! Oh, 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 oh. Hey, da ist noch einer! Artillerie ausgeschaltet, Sergeant. Landezone ist sicher. Vorerst. Verstanden. Wir gehen runter. Stellung halten. Leichter gesagt als getan. Phantoms im Anmarsch, Chief. Noch ein Phantom. Es nähert sich. Die Allianz hat die Brücke da vorn unter Kontrolle. Die versuchen sicher, uns auf dieser Seite der Schlucht festzuhalten. Aufpassen, Chief. Da drüben sind Raid. Die Steuerungen zum Ausfahren der Brücke sollten da drin sein. Ruhig. Ruhig. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Gut, die Brücke, es ist hin und jetzt zu diesen Flames. Roger, Otter sind unterwegs. Untertitelung des ZDF, 2020 Aufpassen! Wollen Sie für uns verlieren, Sir? Ok, schon los! Ok! Ok. Ok! Ok! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich kann so mit Absicht nicht so gemein sein. Ich kann so mit Absicht nicht aufhören. Noch ein Kontakt! Fassen Sie auf sich auf, Marine! Ich hab hier Kugeln mit eurem Namen drauf! Fassen Sie auf, Marine! Fassen Sie auf, Marine! Okay, wir haben den Ghost eliminiert. Abmarsch! Vorsicht, wir kommen zu einem weiteren Komplex! Hey, Vorsicht! Let's go! Da ist ein Goat! Granate! We'll be right back. Ein Pelican im Anflug. LZ freimachen! Ah, das ist der Ziel, der nicht zu böse. Schein, wir sind im selben Frieden. Okay, wir müssen wahrscheinlich ein bisschen geboren rein. Die Strömen alle aus der Mitte. Los, rein da! Die Strömen alle aus der Mitte. Los, rein da! Die Strömen alle aus der Mitte! Die Strömen alle aus der Mitte! Die Strömen alle aus der Mitte! knüpfen sie alle ja 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 Oh, warte mal. 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 Oh, warte mal.